Hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Together, League of Legends. Wir spielen 3 und 3 Ranked im gewundenen Wald. Mein Name ist Chogeth und ich spiele als Delo oder andersrum. Nein, mein Name ist natürlich Delo, ich spiele als Chogeth und ich habe mir ein bisschen Versteigungen geholt. Oh, schnell. Oh, ich bin mir recht schnell diesmal. Nicht schlecht. Und zwar, ihr habt ihn gerade schon gehört, der Arthur mit Morgana. Jo, was geht's? Und der Kevin, Kevin mit Olaf. Hast du was, gibt mein Name? Noch nicht. Ich hab den epischen Jurassic Chogeth, den ich jetzt mal anmerken, hab ich mir letztens das gekauft. Boah, das ist voll assi bei Let's Play zu rübsen. Aber Kieps nicht sagt, das geht in Ordnung, zumindest in den jetzigen Folgen. Na dann, without mercy. Boah, ich bin nochmal eben ganz kurz auf meinem Desktop. Das ist falsch im Ranked. Not all angels are good. Ja, ja, warte. So, das ganz aus. Oh, wir haben da. Ja, das ist ja vorbeigelaufen. Ja, meine Antwort. Okay, also da gehe ich hier, muss ich sagen. Dann gehst du hoch? Ja, du musst nach oben. Na dann, bis später. Hochhauen und Slow und Silence. Ach, wir nehmen die schön auseinander. Wenn sie gegen die Tower-Pushel hat, sie Probleme zum Fahren. Aber das ist ein Tower, ist ein breiter Weg. Ich habe leider keine Augen in diesem Skin. Was, das keine Augen? Ach, du guckst bitte mal eben auf mich. Ja? Ich habe da nur Löcher. Ja. Aber immerhin, er staubt. Das ist, äh... Ja. Oh, leu, was das denn geiles? Ich habe dafür gesorgt. Die deutschen Person sagt, was er gerade tut, ist nicht euer Ende. Ich habe dafür gesorgt. Ihr seid mein, auf alle Ewigkeit. So, wir nehmen wir denn zuerst auseinander? Guck mal, oder? Ich glaube, er kriegt das Maul, aber ich glaube, Kogmoth will auch aufs Maul. Das ist alles ein bisschen schwierig. Alter, no. Guck dir mal das Kogmoth, Jan. Wie schnell das down geht. Der geilste Skin ist sowieso Jurassic Kogmoth. Kann das wie Jurassic Kogmoth. Aua. Du sollst dann zurückziehen. Wieso sagst du, aua, wenn ich angeschossen werde? Ja, weil ich dachte, dass ich angeschossen werde. Irgendwie können die immer nicht sein. Und wieso haust du nicht mal mit drauf? Weil ich bisher nur mein... ...bei jetzt. Oh, dann stache. Das ist B2P. Lauf in diese Richtung. Ich bin halt ein Nicht-O-Page-Shower. Meines Skills brauche ich, um es die Zeit, um gecastet zu werden. Wir fliegen nicht direkt. So wie deine Axt. Neu. Wie geil. Schaden, 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 schaden. Fliege. Jetzt solltest du wirklich laufen. Nein, das war die falsche. Scheiße. Ich heil dich doch extra noch. Du hast mich gehealt. Ich hab da nie vergessen. Alter. War der Ansicht, ich sterb eh. Da war wieder so ein Nicht-Hochlad-Video. Ach, noch? Nur wegen einem Tod? Der hat mich ausgesehen, mein Flash noch nicht vorbei. Bis dein Flash gewastet. Ja. Weil ich eigentlich, wenn ich mit Joggets spiele, auf D mein Heel-Hub und auf F mein Teleportieren. Aber da ist es andersrum. Da das, nee, da das im 3.3 nicht wirklich Sinn macht, und ich mir Flash und hier mitgenommen habe, habe ich jetzt erst mal D gedrückt, weil aber da der Flash liegt. Autsch. Oh, ich dachte, da hat er doch nicht drauf. S.S. Guck mal, was ist übelst langsam. Kannst du mal bitte verlangt sein? Ja, das ist falsch. Falschen erwischt. Macht nichts, draufhauen. Noch slow. Ich hab kein Anzug. Werden, es gibt so nicht. Ich fetch mir nur ganz hochschmeißen. Nein, so. Wir sind ein Say. Fliiih. I'm auseinander. Ich kann aber keine Anzünden. Da auch kein Mara mehr. Otto, glaub der nicht. Otto, komm hin. Okay, doch. Ich hab wieder Mara noch Anzünden. Okay, jetzt bin ich richtig gefahren. Ah, jetzt bin ich schon mal angescht. Arthur, komm doch entgegen. Ja, ich habe keine Anmahner. oder er hat er kommt nicht der Blockhilfe noch alle Teckdorf ich komme Hilfe Lass sie dich zu mir A2 0 2 2 3 wo ich weiß nicht so dann hol ich mir erst mal einen Donnen Donnenpumpster? Ich weiß nicht erst mal Schuhe ah ne hol ich mir erst mal ne Stoffrüstung Klopfen und ein Palt und ein Ward so Schuhe Alter wie schnell ist der Gangplank? Was? Wie schnell ist der Gangplank? Das ist der Hund 4 Der hat 2er Schuhe Ja ne Schuhe mir auch immer 2er Schuhe Ja wenn du Kogma festhalten kannst ist der Tod Oba Artur jetzt Oh Nice Hey mit der Autotext Oha Wo bin ich denn Kogma? Wo bin ich Teng? Hehehe Wenn du bei Kogma Bot in den Busch gehst dann hört er auf dich zu verfolgen und Ernsthaft Kogma Bot viel zu spät Ja Kogma Hehehe 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 Glück gehabt hätte wie gerade eben Boah Da hätte ich es richtig Hehehe Na Leblanc Oh mein Gott Schmerz 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 Ja das war jetzt ähm Instatot Das Blutschniedel Oh das ist das ist voll die Gangsterbeleidigung Wo sie haben es geklärt Äh Irgendwie bin ich gar nicht auf die Beste Du nicht mehr Ja Wir haben Wir haben das Warum das gerade mal getötet Ist aber viel passiert Wie geil Wie geil Oh was für kleine Bobs Ich war doch mal eben noch die 30 Kohle für meine zweiten Schuhe Jojo machte du das? Ich mach den Drachen in der Zeit Die machen Red Buff und wir machen Drachen Möchtest du mal anfangen? Möchtest du noch? Ich bin gleich da Ja Pass auf dass die LeBlanc da nicht kommt Do not dally Ich denk die Schaden bei mir Ja dann hau ab So Alter 199 Klapp das bei dir Jojo Hier unten ist gerade Miss äh Wo warte es nochmal Acht Minuten Ragging Hier unten war doch noch irgendein Ah genau guck mal Richtig Jetzt kannst du blitzen Oh am Arsch Du nicht dallye Ich halte mich hier mal hoch Und dann komm ich runter Ich komm von den her Ach Ah da ist Klapp Ah ich hab meine Rute Oh Boah sind alle so heftig Strufter Das war jetzt nicht unbedingt der Richtige aber ist auch egal Okay Den Ja Und den anderen auch noch Ich muss laufen Nein das war schon so Ich hab gar keinen Ansatz zu Noll Hallo Na guck mal wie ist es Dein Rollen Okay wir für den Stachel Einfach den Minion angegriffen mit den Stachel Ja Es ist viel einfacher Okay jetzt war es mal echt nice Die sind zwei sieht besser aus Ja sieben zwei sind Ja sieben zwei ist das Ich muss ein Wort platzieren Trennenblor einfach gar nicht zum Zug kommt Ja ja Da hat sie die falschen gepickt die falsche Renten jetzt Kassel die Wettbewerb so kann man aber mehr aber traurig an der Welt auch gegen Kassel zu lesen abwechselst und mal ein Lasse ist in Ruhe tut mir leid und ich habe es gerade und das ist doch auch ich habe es gerade sie haben das Gold gekauft zu werden sind wird auch kein Thema ich habe mir noch mitgenommen um ein Rache ist gleich auf Drachen müsste auch in zwei drei Minuten wieder da sein schon einmal erst oben wir haben den Waffen auch nun 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 und was zu viel der Menschen ich mache mehr mit der Mäste ja das solltest du auch du bist immerhin Broulau der Kuh und zwar zu die Artur Mh? Say hello! Ich schnapp mir beide Buffs, auch wenn's der gleiche ist, ja? Ja, mach das mal. Schön ist, dass man mit Morgana durch diese Wände hier durch hier festhalten kann. Boah, wie die Tüber floniert! Sie werden suffer. Boah, und das war epic! Oh, war das epic! Bin gleich tot. Ich nehme Kogma. Nice, dankeschön. Aber ich hab dran nichts gemacht, aber ganz blöd. Nice. Jut. 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 So. So. Jetzt das. Danach erst mal Dorn. Wieso sterb ich eigentlich die ganze Zeit? Mhm. Ja, du bist halt hier der Fieder und so. Guck mal, 6-4-4. Ich hab... 2-0-5, Arthur hat 3-0-1. Mh, ja. Das machst du halt gerne, weil du das kannst. Ich wollte mal wieder mitte und nehme mir dann den Red, und dann geh ich hoch und mach den Drachen. Ich geh erst mal schnell was essen, ne? Oh, nein, ich sehe noch zwei Typen, die aufessen könnte. Schwierig, schwierig. Oh, Mann, am Arsch. Lass dich da hin, dann nehmen wir den nach dem Red. Nö, ich hab grad was aufgewiesen. Ich brauch die Stacks, ich brauch die dringend. Ja? Ja? Ich hab' schon die Minions einfach nur rennen. Die Minions lecken manchmal ein bisschen her, das... Sie den so sind, sie den Turbus-Worb aktiviert auch. Oh, tschuldigung, komm mal. Oder kommst du weg? Das ist netter Schaden, ich denke schon. Guck mal, also auch noch da, ne? Das ist Tons of Damage. Die haben... Ich denke mal, sie wollen den Drachen gleich machen. Vermutete... Die Drache, Erbke. Kommst du auch hoch? Während ihr da oben... ähm... Verstecken spielt, gehe ich mal ne Runde pushen. Kannst du mir den Rücken freihalten, dann mach' ich... Da komm' die Gleiter nach unten. Da ist... Guck mal... Ach, Guck mal, schlecht, Alter. Er trifft euch nicht mal seine Runde. Der tut. Beschwer' dich nicht, dass der schlecht ist. Komme von mir frag' ich gerade, ähm... ob ich weiß, wie ich... äh... wie er... per Pay-Safe-Karte Minecraft kaufen kann. Was soll ich denn ihm bis darauf antworten? Geht das überhaupt damit? Ich weiß es nicht. Vermute nicht. Es kann sein. Doch, es müsste aber eigentlich gehen. Auf der... Auf der Seite. Auf Minecraft.net, oder? Nein, ich weiß nicht. Der Ton hier ist fast... Ton? Ja, okay, dann komm' ich. Oh, erheile ich mich hier eben noch an... bisschen was hoch. Baaah! Ah, fuck, ich hab' keine Ultimeer. Damn! Oh, ich hätt' nicht Überschalt töten können. Ne, nicht ganz. Naja. Your team has destroyed and turned it. Oh, da ist ein Buff. Den schnapp' ich mir, dann hol' ich mir... Ja, das ist ein Buff. Der Zeitalter. Ich verkörte der Zeitalter. Ich verkörte der Zeitalter. Ey, halt da. Guckst du denn? Ich. Boah, 90 Schaden. Wow. Tonnes of Damage. Ah, damn. Ich bin da. Wir können unten pushen. Showgeist ist schon lustig. Ja, muss man einfach mal sagen. ROLAF! ROLAF! Oh, ROLAF! Oh, ROLAF! Oh, ROLAF! Kannst du dieselbeet, kannst du dieselbeet. Kannst du dieselbeet. Leaaack! Schlecht, sorry. Aber ich hab' mir noch... Ich hab' auch gefehlt. Ich hab' auch gefehlt. Von daher. Aua, Alter. Arthur geht's sehr gut. Na, komm mal nicht. Arthur, kommst mal ran. Hier auf der Krass hochwerfen und so. Schaffst du's? Ja. Alter, der... Kommt! Ach, puh. Wir haben Team Absolute Damage. Ja. Hochwerfen. Slow. Ja. Ja. Ich hab' 0 Mana. Zero. Ienta. Nada. Nix. Und so. Wieso bin ich slowet? Warum rennt der euch dann nicht? Kommt! Ich hab' die kalte geholtes. Ja, genau. Ja, ich hab' die kalte geholtes. Ich hab' ein Bestes bekommen. Naja. All have my revenge. Ich hab' 1700. Kohle. Kohle. Kohle, 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 Kohle. Aber immer noch alle Tode. Das ist deprimierend. So, Defense, Magic Resist, Negatron-Mantel. Und erst mal Force of Nature geholt. Hast du gar nicht. Ja, mache ich jetzt aber bald. Okay, du dir das nicht weißt. Arthur, rennt zu mir. Hallo, guck mal. Ich bin's, dein Freund. Ob es so schlechter ist, was kannst du eigentlich? Du hast schon so eine Überschrift, die und hast es erzählt, mitzutäher. Guck mal. Guck mal. Guck mal, ich hab' mal aufgeregt. Soll ich komm mal aufreißen? Halt mal mal hoch. Nee, jetzt nicht. Ein hoch. Ach, ich hab' damit nicht gesehen. Was alles so nicht gesehen? Was alles so nicht gesehen? Da hab' ich ihn nicht nur aufgefressen, aber ich grad niesen musste in dem Moment, so ein Schein. Haha. Oh, nee. Puh. Du brauchst zwar keine Hilfe, aber danke. Lass uns hier pushen. PUSH! Lass uns hier nicht gegen Blank wieder. Was ist der Gang flank wieder? Nach da. Lass uns hier jetzt hin. Guck mal. Boile, triffst'n. Boile, triffst'n. Aller, wie schnell Rink. Fünf und gott'n 41. Gnau... Er hat auch vorher gesehen. Hast du das gesehen? Ein, der Mensch. Guck mal. 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 ich immer hoch, ne? Ein bisschen Tonnis. Ein bisschen Tonnis muss sein. Dann, komm! Null! Das war... Om nom nom! Om nom nom! Om nom nom nom! Mach! Puh! Haha, das ist schlecht! Hahaha, ehrlich! GG! Mit dieser Rendon! Nice! Das Team ist echt nice! Ja! Wir können mal gucken, ob wir das wieder so hinkriegen! Ja! Immerhin! Wir tun das! Lachs! Bis zum nächsten Mal! Ah, da sind wir reingehauen! Tschüss!